hallo heute zeige ich euch mal wie vielfältig die arbeit eines hoteliers im familienbetrieb ist aber dafür brauche ich erst mal andere klamotten so jetzt habe ich mich umgezogen weil ich heute mehr wir meinen den hang noch weil heute ist ja eigentlich der letzte werktag wo noch keine hotelgäste da sind und wenn die am montag kommen dann muss das blitzeblank sein der wanderweg vom hotel aus in die weinberge der muss natürlich so sein dass sie nicht durch hohes gras gehen müssen und einfach schön aufkommen das zeige ich euch jetzt mal wie das geht die nächste aufgabe so mähen macht zwar spaß klammer auf aber nur mit der richtigen maschine klammer zu aber jetzt tue ich wieder das was mir am meisten spaß macht mich um unsere gäste kümmern abone ol abone ol abone ol